Ich bin zum zweiten Mal hier bei Kippuzima und versuche redlich Hebräisch zu lernen. Es ist ein super Programm. Ich bin sehr zufrieden. Es sind tolle Lehrerinnen, die Umgebung ist super und meistens scheint die Sonne. Es ist aber auch anstrengend, das muss ich noch dazu sagen. Einfach ist es nicht.